herzlich kommt zurück zum neuen video mit dabei sollte das sieben und wir machen heute um die ist die helden die helden challenge und zwar man muss hat wird wir haben uns alle hätten favorisiert und auf zuvor gestellt und der hat müssen halt versuchen dann die mythische waffe von unsere eben bis zu sagen und wir haben keine arschkotte doch vielleicht gefällt mir nicht ganz so ich habe das gefühl ich habe das gefühl so und kann ist das bot doch das dachte ich mir muss der karte ja ist im ist eigentlich die sicht sein wenn ich den krieg ist ziemlich geil aber ich glaube ich bin doch nicht seiner meinung hier ist niemand ich bin der einzige ja gut meine meinung hat sich das schnell zum anderen hat mich gesehen aber es ich weiß wo er ist aber ich habe keine waffe ich weiß wo ich habe keine auch wenn es im schief ganz krasse hier bei mir gehen da war ich hier noch ich habe es gut das muskelkater arm nicht bauen kann denn ich bin vergammeln mich gerade hier oben am dach das erste mal dass es sie geschafft haben die mussten ziehen eine dach ich bin durch also ich gebe es euch jetzt also um rechts am i könnt ihr sie jetzt anschauen und in der beschreibung habe ihn aber so close und jetzt muss ich nur seine waffen nehmen okay was also ich bin dabei sie wo was wie läuft mit ihr noch okay also ich muss sagen was gut betrifft bin ich hier mag aber ich habe die waffe soll ich muss mich hier kurz stationieren mäßig und ich habe eine angehe ich habe eine angehe okay die karte kann ich doch nicht brauche ich nicht ich kann theoretisch jetzt versuchen zu dir zu kommen und die zu helfen habe ich einen heli ich habe kein heli oder ich habe kein heli also ich bin zwar das ist hier sehen sollen nicht ich bin jetzt hier im dorf von der rückerich sieht nicht ich habe leider kein heli sonst wäre ich schon längst bei dir aber ich glaube ich schaffe ist nicht ich habe ich finde man ist meine commie passt sogar voll gut auch wenn es eigentlich unabsichtig ist theoretisch das eigentlich meine mieders kombi sie nutze ich eigentlich so wenn ich das aber ja ich habe einen fisch eine medaille erster fischmann läuft bei mir gerade ich bin ja auch kurz vor level 109 also ich auch ja meine frage ich wusste im team das mache ich jetzt du soll ich in lazy lake ein pushen oder umgehen ich umgehe lieber ich habe keine lust jetzt mit so gut bist du den team ich kann sie ich hab sie es muss sich nicht mehr ja ich bin nur so kommen über ihren sieben müssen okay wenn es ja erst könntest du mich bitte auf aufgaben nicht könnte mir hier entweder gar nicht bitte ich immer bei mir auch immer auf ich es angehen bis jetzt darf ich nicht nur mehr hier und ihr mögen ich höre ich kann mir aber noch schnell den geschehen irgendwie das geht du hast du hast du hast du hast du hast um ich nehme statt einem minin flossen das hier nur ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe den ich nehme schock kann man ja einfach mal mit kann abonniere ist nicht abonniere ist nur zum angeln erlaubt du darfst mit abonniere keinen schaden ein spieler machen wirst du mich jetzt bitte ab hallo ich bin gerade am tresor lüten ja ist es so wichtig dass ich ja gerade schon jetzt will ich mich beleidigt stärke ich sterben ey ey nein nein du bleibst schön hier bei mir du bist meine waffe nee 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 dich gebe ich nicht so schnell weg im boden ist der bandage kann aber die komisch nicht ich will mich nicht so schön wenn ich mal in der lüte wenn ich jetzt gesnippt wird dann wäre das traurig ich könnte ich könnte auch ein schmelimobter holen oder ja alle länder machen gerade aufnahme machen gerade video okay tschau sebi sebi du kannst meine richtung schwimmen bitte weil du ja also ich bin an die rand sorry 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 warte ich nehme hier schnell hier mit ich habe das wirklich nicht gecheckt ich habe mir nie mehr ausgeblendet wegen weil wir manchmal mörder spielen und da bin ich mir nicht mehr aus einfach damit man das sebi und ich habe das noch immer gut ich nehme den heli und mache auch abflug was wir treffen uns dann bei heli sammelstelle wirklich sagen und gesagt betreffend hier ist ein zacklatt euch nur 1000 meter ich bin immer schön hoch genau 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 wir fliegen einfach über zappler sein wenn wir dann nach oben geschossen werden dann fliegen wir in den zappler da ist also wenn wir so gut treffen können und so wenn ich das wäre das ist verkacken dann kann ich keine video mehr aufnehmen also kann ich nicht mehr weiter machen ich mache ich mache darin beruf gehen muss das also wie es sind 27 ich bin ich nicht aber ich bin gerade über dem ding also das was das ist ein bisschen ist auf maximaler flug höhe ja aber er fliege automatisch runter jetzt muss ich ganz weit zwei gedrückt haben so ich bleibe hier beim wasser zack und du kommst einfach neben mich so hi sebi gut gemacht bleib da 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 ich gehe unter dir das ist die nächste zone dann fliegen wir direkt hin das wird so geil wenn es oben links war wir fliegen hier hin am rand oder wir gehen über agency ne da sind wir uns auch wieder ich hätte gesagt wir gehen lieber hier hin dann sind wir ein rand bis so ok machen wir auf camper taktik ich habe eine 100er air muni du hast unendlich muni ähm kannst du mir air muni irgendwie so rüberschmeißen wie viel api hatte ich nicht wie viel api hatte ok meiner hat ein bisschen wie man das angehittet ich steig aus nach unten und du pflegst auch unten du hast man hier nur ist nicht okay ja was tschüssi tschüss so könnten du mich bitte abholen und muni job ja warte ich glaube die muni hier sie fliegt und jetzt höre ich dich ab ah ja ah eh muni oh gleich 50 es hat mir oben was so pilot pilot bitte ab in die zone genau perfekt sind in die zone ja ja ich bin zufrieden jetzt ist deine sicht eigentlich egal und meine da will ich so sagen wir müssen irgendwie sitzen ja aber am anfang würde es mich interessieren ja wir haben es endlich geschafft gefühlt wir haben die ganze gesagt es ist die erste runde wir haben gefühlt schon 100 runden gespielt wir haben das so gelogen aber endlich also das ist nicht die erste runde ja aber es war halt immer sobald einer verkackt was haben wir liegen hast du Sturzpolster? das wäre jetzt so geil wenn wir Sturzpolster halten ähhhh hab ich äh wir fliegen kurz zum absturzstelle und du schaust dann ob irgendwie Sturzpolster liegen hast du eventuell Sturzpolster? nein ich hab nur heal ich hab full heal ah wieviel okay du bist auch pass ich hab nur bendys ich hab minis ich hab ich hab 5 bendys ich hab 4 bigys und 3 midys ich hab 5 bendys 4 bigys und 3 midys ich hab 5 bendys 3 minis eine flosse und ein kleiner und 3 kleine fische was würdest du machen wenn ich jetzt sage ich hab Sturzpolster? eh würde ich ausrasten hast du welche? ah ne doch nicht ich hab nur medkit aber ich hab Klongranaten aber ich nehme Klongranaten nee die hätte ich von nee das ist ja auch so wie eine Waffe also Schaden macht darf man nicht nehmen es sei denn man nutzt es nicht ähm uhuu xp konnten ich hab mich schon eingebaut du kannst das gleiche oder sagen ich dachte gerade mein scheiße ich hab nichts hast du es gefunden? ne bedauerlicherweil schnell 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 zum Hilf Schmelli Mopter Schmelli Mopter ab gehts flieg 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 ich bin oben spus puh 1 HP verloren 1 HP verloren ja ich auch 10 Wegen für den Schmelli Mopter 10 Hebel Mopter zum Schmelli Mopter ich bin so froh ich bin so froh unter unten ist sogar ein Helikopter ist das deiner? ja das ist deiner ja ja aber der hat der hat 350 1350 der ist noch lower das war meiner aber das weißt du warum das so low ist? weil ich gegen dich geduscht bin verdammt verdammt ich bin sogar blau ich bin sogar blau wie die Zonen schau ich schneid in die Zonen rein ja ja ich merk und ich war auf der Seite ich war auf der Seite von der Zone verdammt nochmal ich hab 3 HP verloren oh warte kannst du fliegen wenn ich könnte runter schießen mit dem Boom Boom okay ich wechsel Platz so zack passt ich fliege bleib einfach hier oben bleib einfach wieg am Rand der Zonen und dann ist alles gut ich mach auf FK gut ich tu mal Handy spielen passt das? ich schieße jetzt mal hin wenn ich jetzt den Kill ok das war jetzt lustig ich schieße jetzt mal da hin wahrscheinlich der kommt da glaub ich nicht mal an ich glaub der kommt nicht mal an auf die Range ah warte ich mach das ist ein bisschen mit der Zone das ist ein gut Job ich schieße gleich wo? warte warte du fliegst mit der Zonen mit nein Sievi du musst ganz klein in der Zonen ich glaub ich flieg lieber soll ich lieber fliegen? na na pass schon na pass schon ja du musst ganz klein in der Zonen bleiben ja ich steck dich auch in die Zonen genau so wie du mich nein 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 lass das ich du das ist nicht krass ich hab ich hab 97 HP wegen dir ich hab ich hab 97 HP wegen dir ich hab auch 97 HP ich hab auch 97 HP ich hab auch 97 HP Musik kommt also ganz ganz langsam so ganz ruckelig nach vorne also zock zock hast du HP verloren? das sieht das schaut aus in der Luft nein sie sorry die Zonen war zu schnell für mich hast du HP verloren ich will das jetzt schaffen sieger wir haben sie nur seine Waffe ihre Waffen es sind nur noch neun Leute mit also mit uns sieben Gegner ja und die oh Gott da kann ich auch ne andere Challenge machen wir können doch einfach sagen nur Helikopter benutzen Challenge ja wir müssen dann dauerne im Helikopter sitzen hat nicht ganz so geklappt wir müssen aber maximal ein Kilo holen wir machen müssen sowieso nen letzten Kilo machen ich glaub wohin angehittet ne ich hab mir eigentlich ne das war ich hab dort geschossen achso da hinten sind vielleicht welche warte 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 soja ok dann ist das mal das ist nichts gebautes hey da ist doch nichts gebautes woher da ist gebautes ne leider eben nichts bei mir bauen die da na also es ist gebautes aber sie bauen grad nichts bleib ganz noch hinten in die Kranken-Zone also nach hinten und kein Wasser bleiben soll ich dich wie nur in die Sonne rein? ja genau hier ne danke warte kannst du dich so nach links drehen also dass ich nach unten oder warte passt so passt so passt so dann kann ich so nach unten schauen weil ich hab den Boden damit kann ich ich hab mich grad extra in die andere Richtung gedreht damit warte mach wir es so ich hab mich grad in die andere Richtung gedreht damit du in Richtung Zone bist um dich zu verarschen und dann macht man einfach Seitenwechsel das Loots damit komplett viel Looter rum und das sind du ich denke dauernd die wurden angehebtet weil das nicht so dein Schuss sound hört sich so an das wird grad irgendwas in Hubschrauber damit machen genau Digga das sind alles Camper die letzten vier es sind wahrscheinlich zwei Duos und beide Duos campen ich sag's dir die einen ich denk sie so bekommen die Schüsse her die einen campen hier die anderen campen hier oder so ne hier campen welche hier? ja und die anderen campen hier auf der anderen Seite ich hoffe ich hab ich glaub ich hab ich weiß nicht wo ich mal ein Video gemacht ich hoffe ich hab ein Video gemacht ich bin mir grad nicht sicher nein du fliegst da nicht hin du bleibst schön auf der Seite Scheiße ich hab grad keine Schüsse mehr aber du ladest die auf ich hab nur ich hab begrenzte Muni ja okay flieg nicht zurück oh mein Gott das gute ist halt wir sind doch über Wasser also wenn sie uns runter schießen dann haben die komplette Arschkarte weil wir kommen dann runter mit uns okay scheiße die haben nein sie haben nicht sie haben nicht Arschkarte langsam nach vorne fliegen und schön hinter der Zone bleiben aber darf ich mal kurz fliegen beeil dich wir verlieren in Höhe danke ich hab ne AK ich treff volle Kanne weißt du ich hoffe wir haben ein Video gemacht wenn jetzt kein Video gemacht ist dann soll ich tanze hier oben ein bisschen wir haben gewonnen wir haben gewonnen so machen wir haben gewonnen so machen wir haben gewonnen mein Gott du bist in der Zone man ja ich wollte ich wollte auf den vorderen Platz hier ich hab auch krass Damage passiert ich hab noch immer 92 aber uh warte ich treff den von da oben ich treff den nein du kriegst gar keinen du schießt jetzt gar keinen ab okay Sebe jetzt musst du gleich wieder fliegen und ich weiß aber du darfst aber nicht zu nah in der Zone wenn du zu nah in der Zone bist du rechts also drehe dich nach rechts drehe dich nach rechts drehe dich nach rechts und warte warte da die 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 Ich hab noch jemanden gehittet. Die müssen sich dann oben belautern. Ich hab noch jemanden genockt, ich hab noch jemanden genockt. Alles klar, Digga. Digga, ich hab einen genockt, den könnte ich jetzt holen. Okay, das ist ein Solo noch. Ein Solo und einer ist genockt, oder? Nein, der hielt ihn gerade, der hielt ihn gerade, der hielt ihn gerade. Nein, 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 ich hab keinen Schuss mehr. Ich spare ein bisschen Schuss. Ich spare jetzt ein bisschen Schuss. Aber der eigentlich ist Low. Mach so wie ich, schön neben der Zone fliegen. Wird er sich ziehen. Da, sie fliegen weg, sie fliegen beide weg. Der eine ist Low wahrscheinlich. Wir müssen, warte, drehe ich nach rechts, drehe ich nach rechts, drehe ich nach rechts. Ja, gut so. Gut gemacht, gut, gut, gut. Pilot macht alles, was sie sagen, Madam. Das ist ein weiblichen Skin, das musst du nicht. Oh, sie ist schon, warte, warte. Nein, du musst dich noch mal. Hab jemand genockt? Hab jemand genockt? Hab jemand genockt? Gehen wir jetzt rein? Es ist nur ein Reiner am Leben, wenn sie ihn genockt hat. Wir haben halt so hart gewonnen. Wir gewinnen das sogar. Warte, warte, dreh dich noch mal nach rechts. Das ist links, du. Rechts. Ich kann da nicht schießen, du. Okay, nach links, nach links, nach links. Ein bisschen weiter nach hinten fliegen. Scheiße, nach hinten. Ich meine, von meiner Richtung nach hinten, also auf die Seite. Das ist neu. Ja, sie ist unsere Güter. Ich muss über Fluss bleiben. Bleib über Fluss. Bleib über Fluss. Du sagst, ich soll dort hin und dann sagst du, ich soll beim Fluss bleiben. Ja, ich weiß auch nicht, was ich gerade will. Du willst einfach die Runde gewinnen. Ich kann sie aber nicht snipen. Ich kann sie aber nicht snipen, weil wir sind mehr böse. Ja, lass runter. Lass runter. Lass runter. Die Hubschrauber ist lower. Am Ende kriegen wir Schaden durch Hubschrauber. Weil er kaputt geht. Oh, dann muss ich nach rechts drehen, bitte rede ich nach rechts, bitte. Jetzt muss ich nach rechts drehen, weil sie kommen gerade mit Lockerplanschaft. Ja, geh jetzt nämlich gleich tot. Ich springe. Ich springe. Ich springe. Ich springe. Ich springe. Nein, nein, ich lande auf ihm geboten oder nicht. Überlebt's. Überlebt's. Ich hab keinen Nutz. Also ich hab keinen Blut. Also keine Schüsse. Ich bin nockt. Der einer hat mich nockt. Der einer hat mich nockt. Was soll ich mit einer AK machen? Seid. Try it. Just try it. Wenn mir das jetzt verkacken wäre es so bedauerlich. Ich verkacken das safe. Weil ich hab nur einen Schuss. SIEI. Die hat noch nie mit der Hitgaset. schaden leute schaden er hat 13 happy ok leute das war's bis zum nächsten mal